Äh, Baumpflege. Jo. Wenn ich mich unten rasier, ist das auch ne Baumpflege. Und, äh, ja, passt auf eure Reihe auf. So, hallo. Jo. Das funktioniert. Eins, zwei, drei. Willst du wahrscheinlich zum letzten Mal? Jetzt seht ihr auch, wie ich den Ton quasi synchronisiere. So, Leute. Jetzt sag ich erstmal guten Tag zu einem neuen Video von mir. Meine kleinen Eierköpfe. Ich habe gerade eben schon ein Thumbnail gemacht für dieses Video. Und allgemein ein paar Fotos. Natürlich mit ungewaschenem Motorrad. Aber so ist das manchmal. Ähm, und zwar habe ich mir, also für diejenigen, die mich auch bei Instagram verfolgen. Oder die mir auf Instagram folgen. Was hast du gesagt gerade? Irgendwie so. Ähm, ich habe mir jetzt für die GoPro Hero 8 den Media Mod geholt. Und zwar aus dem Grund, ähm, dass ich jetzt direkt mit einem Lavalier-Mikrofon direkt in die GoPro quasi mein Quatsch, den ich euch erzähle, aufnehmen kann. Und am Ende nicht mehr alles synchronisieren muss. Das ist aber auch ein Schrott, den ich da abliefe. Ach, das synchronisieren war jetzt auch nicht viel Arbeit. Ich nehme mir jetzt bei diesem ersten Video parallel auf, um euch quasi, ähm, und mir auch, äh, also wie soll ich das sagen, um zu sehen, wo sind die Qualitätsunterschiede? Macht das überhaupt Sinn oder welches von beiden ist besser? Weil ich finde, dass die Audioqualität, die ich bis jetzt hatte, sehr, 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 sehr gut war für Motorvlogs. Das andere Ding ist, oh, schöner Hund, ähm, dass ich, äh, bald, äh, Dual-Vlogs auch machen möchte. Da bietet sich ja auch schon der ein oder andere an. Grüße gehen raus an GT Matze vielleicht, ne? Wenn wir uns vielleicht mal bald treffen und dann zusammen mal rumfahren. Und zwar ist das, wenn man ein Intercom-System hat, gar nicht mal so schwer, sich mittels ein paar Kabel und Adaptern, äh, das so zurechtzubasteln, dass man Dual-Vlogs machen kann. Vorausgesetzt, man hat die Möglichkeit, in die Action-Cam direkt einen Klinkeneingang reinzustecken. Und bei der GoPro Hero 8 und 9 ist das so, eben mit diesem Media-Mod oder halt mit dem Mikrofon-Adapter, den einige noch verwenden. So, jetzt natürlich auch der Test, wie verhält sich das beim Fahren mit dem Windgeräuschen und so. Ich hatte zu Hause mal ganz, ganz, ganz kurz getestet, ähm, ob das überhaupt funktioniert. So, und, ähm, 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 was ich auf jeden Fall schon sagen konnte, dass ich, äh, bei der direkten Aufnahme der GoPro, der Pegel direkt gut war. Und, äh, wenn ich jetzt die Aufnahme vom Sena vergleiche, ich musste in meinem Schnittprogramm immer erst hochschrauben. Klar ist alles gut zu hören und so, aber, ähm, ich muss doch schon hochpegeln, damit das für das Video auch sich gut anhört. Ähm, aber halt die Hintergrundgeräusche werden schon relativ gut rausgefiltert und so, und, ähm, was das Sena ja sehr, sehr gut macht. Ich hatte auch erst die Überlegung, das vorhandene Sena-Mikrofon quasi umzulöten, dass ich das quasi ausspalten kann, damit die eine Seite in das Sena reingeht, damit ich das ganz normal benutzen kann, und die andere Seite in die GoPro reingeht. Ich habe aber die Befürchtung, dass die, äh, dass das Mikrofon vom Sena wahrscheinlich wie so eine Art von Turmspeisung bekommt und die gute Bearbeitung der Tonqualität übernimmt sowieso das Sena selbst, was dann ans Handy und an Telefonat und an andere Intercom-Mitglieder, ähm, weitergeleitet wird. Von daher würde das mir dann nichts bringen. Und so habe ich mich jetzt entschieden, mir von Speedlink das berühmt-berüchtigte Lavalier-Mikrofon für sieben oder acht Euro überhaupt zu holen. Und ich bin jetzt gespannt, wie die Aufnahmen jetzt werden. Ähm, ich werde zwischendurch, habe ich ja eben gesagt, ich nehme gerade beide Audiospuren parallel auf, das, was ich wie das vorher gemacht habe, mit dem Sena übers Handy. Und natürlich jetzt direkt in die GoPro rein. Ich hoffe, der Kabel steckt noch. Ähm, ja, ist noch nicht. Dann drin, bloß nicht rumspielen. Ähm, werde ich immer so zwischendurch hin und her schalten, werde es unten dann auch beschriften, welches, äh, welche Tonart von welchem Gerät jetzt quasi stammt. Ähm, ich hoffe natürlich, dass die GoPro, beziehungsweise der Media Mod, also ich weiß, dass die GoPro mit Media Mod oder auch mit Mikrofonadapter, dass die da auch so Filter drin haben und sehr, sehr guten Job machen, auch mit dem Auspegeln und Gegensteuern und so Geschichten. Ähm, trotzdem bin ich gespannt, wie die Unterschiede nachher sind. Ich hatte ja vorher immer nur die GoPro selbst dran. Und der Media Mod, der wiegt jetzt auch ein paar Gramm. Ich meine, mich stört ja jetzt irgendwie nicht so sehr, aber man merkt es schon. Ich habe den ja, ihr könnt es am Thumbnail sehen oder ich blende mal eben das Bild von dem Thumbnail ein. Ähm, ich habe die GoPro ja ziemlich weit. Also die GoPro selber ist fast vorne, also rechts neben meinem Kinn quasi und die Halterung ist aber ein bisschen weiter, ich sage mal so, fast auf Ohrhöhe. Und man merkt es schon irgendwie, dass rechts ein bisschen, ich will nicht sagen runterzieht, aber es ist schon Gewicht, was da ist. Aber ich habe mich jetzt in dem Jahr YouTube, wo ich das jetzt mache und ich habe fast immer die GoPro jetzt am Helm dran, habe mich schon so dran gewöhnt. Ich kann mich gar nicht erinnern, weil ich ja letztes Mal ohne Kamera gefahren bin. Da muss ich auch, ich glaube, ich muss mal ohne Kamera fahren. Äh, Baumpflege. Jo. Wenn ich mich unten rasier, ist das auch eine Baumpflege. Ja. Ja, bin nochmal gespannt, wie das dann mit dem Motorsound und so ist. Also ich habe ja schon für mich persönlich das Gefühl, mein Motor ist schon relativ laut. Aber über die vorherigen Aufnahmen, über das Sena, hat das Sena gut, alles rausgefiltert gut. Äh, man muss natürlich auch dazu sagen, das ist natürlich so konzipiert, dass natürlich nur die Sprache gut ankommt und der Rest natürlich unterdrückt wird. Und, äh, GoPro hat ja irgendwie, ähm, für die Motovlogger jetzt nicht irgendwie extra irgendwas übrig, sozusagen. Ähm, also da bin ich gespannt, wie sich das da verhält. Man könnte natürlich dann nachbeibeln, ein bisschen rauschen, wegmachen und so. Und ich glaube auch nicht, dass das so das große Problem ist. Aber ich glaube mittlerweile, dass das auch die wenigsten Motovlogger machen, weil die Technik einfach soweit ist. Äh, werde ich natürlich gleich, äh, beim Bearbeiten sehen. Und, da bin ich mal echt gespannt. Was ich, äh, blöd finde an dem Media Mod. Ich muss, wenn ich den Akku wechseln will, die komplette Kamera abbauen. Und zwar, der, die Kamera wird ja in den Media Mod so reingeschoben. Und, genau die Seite, wo der Akku drin sitzt, ist auf der festen Seite. Und, also, du musst dir vorstellen, der Media Mod, der wird auf einer Seite aufgeklappt. Ähnlich, eigentlich, wie man die Klappe von der GoPro selber aufmacht. Nur, auf der anderen Seite, auf der falschen Seite. Ähm, ähm, da ist natürlich klar, da wo der Akku ist, da ist natürlich auch der USB-C Anschluss. Und, damit der Media Mod verbunden ist, wird das natürlich da reingeschoben, ne. Ist natürlich jetzt für mich der Nachteil, dass, wenn der Akku leer ist, ich muss erstmal den ganzen Bums hier abbauen. Ja, das finde ich nicht gut. Also, ich finde das nicht gut. Aber, finde ich nicht gut. Um den Akku dann wechseln zu können, ist natürlich ein bisschen kacke. Jetzt, ähm, ich hab mir aber schon, wenn ich jetzt weitere Strecken fahren sollte, oder, da werde ich auch machen und die Kamera wird dann dabei sein, ähm, ähm, hat mir schon so USB-C Kabel bestellt, die auch um 90 Grad geknickt sind. Das heißt, ich hab dann längeres Kabel, dann kann ich das entweder an einem USB-Strom-Johnny hier am Motorrad, was ich noch zu Hause liegen habe, irgendwie verbinden, oder ich tue mir einfach in meiner Brusttasche oder sonst wo hin. Einfach, ähm, na, wie heißt das hier? Ah, so ein Akku, äh, Powerbank. Naja, und damit kann man ja ewig, ewig aufnehmen, eigentlich. So eine gute Powerbank hält ja locker zwei-, dreimal so lange. Und dann noch der Akku, der integriert da drin ist. Also denke ich mal schon, dass ich dann erstmal genug Saft habe. Ah! Verlängere Touren. Aber dann hast du natürlich wieder ein längere Kabel da dran. Aber, ja gut, auf längere Touren, dann steigst du auch nicht so häufig ab. Sondern man fährt ja einfach und macht sein Ding. Bin ich mal gespannt. Ähm, ja, ich bin doch sowieso jetzt gespannt. Wie das alles, äh, sich anhört. Also momentan jetzt, wie es jetzt aktuell verkabelt ist, ist wirklich nur der Speedlink-Mikrofon. Ja gut, das, was mich mega nervt, ist schon, dass das Kabel mega lang ist. Das heißt, ich muss halt im Helm, ich habe das jetzt hinter der Wangenpolsterung geklemmt oder gelegt. Da habe ich Gott sei Dank gut Platz und ich merke auch nichts davon. Aber schon, also ich finde es schon irgendwie kacke, dass es solche Mikrofone nur mit extrem langen Kabeln gibt. Was ich ja mal mega behindert finde. Also entweder ich löte das wirklich um, also ich kürze mir das Kabel oder ich scheiß da jetzt drauf. Aber ich glaube, ich werde das mal machen. Ich bestelle mir einfach noch eins. Weil wenn es kaputt geht, ich möchte, wenn das sich jetzt alles gut anhört, genauso weiter aufnehmen. Weil irgendwo, er spart mir das seinen Arbeitsschritt und man hat halt direkt beides zusammen. Mach mal auf. Das war ja auch immer ein Unterschied der Soundqualität, ob das Visier jetzt auf oder zu ist. Ich bin mal gespannt, wie sich das Mikrofon schlägt und das hat mich auch immer so ein bisschen genervt. Aber ich glaube, das kann man eigentlich nicht verhindern. Das Atmen, das hört man auch immer in den Videos. Also das hört sich immer so an, als wenn ich irgendwie keuchen würde. Aber ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt verhält. Ja, das Video werde ich jetzt wahrscheinlich heute oder morgen hochladen hier. Also ziemlich zeitnah. Und dann kann ich ja schon mal ganz kurz anteasern. Am Dienstag, den 30.03. kommt ein Video von mir online. Der 30.03. ist mein einjähriges YouTube-Bestehen. Beziehungsweise genau da vor einem Jahr habe ich meinen allerersten Motorvlog hochgeladen. Den YouTube-Kanal so oder beziehungsweise das Google-Konto, was ja dann verknüpft ist. Das gibt es natürlich länger, aber da habe ich es dann das erste Mal benutzt. Und da ist Skopedius als Motorvlogger quasi geboren. Da habe ich ein kleines ein Jahr, ja kann man sagen, ein einjähriges Spezialvideo gemacht. Da gibt es eine ganz, ganz, ganz kleine Verlosung für... Ja, man kann ja schon sagen, es gibt bestimmt den einen oder anderen Fan von Skopedius. Und das ist auch nur eine Kleinigkeit. Weil ich habe ja auch gesagt, zu den 100 Abos, da muss es was geben. Und ich wusste jetzt, da habe ich dann mal geguckt, wann ist denn mein einjähriges. So habe ich das jetzt ein bisschen verknüpft. Und dann bin ich mal gespannt, wie ihr darauf reagiert. So, ich bin auch gespannt, wie das Video jetzt wird, wie die Tonqualität wird. Und jetzt fahre ich auch mal ein bisschen zügiger hier. Es ist auch ein bisschen windig. Draußen, ja, man merkt es auch, durch die Sommerjacke kommt ein bisschen Luft durch. Und heute habe ich meine Nikon dabei und habe auch einen Akku drin. Also für dieses Video habe ich schon gemacht. Dann, warte mal, dann mache ich jetzt... Ah, da vorne mache ich das. Ich könnte mich jetzt nicht entscheiden. So, Leute, dann mache ich jetzt hier für das Video Schluss. Das war jetzt auch nur so ein kleiner Test und ich lade den aber hoch. Definitiv. Ich denke, wir werden noch so ein paar gute Infos bei gewesen sein. Machen wir mal auf. Und er nimmt noch auf. Das passt alles wunderbar. Stecker ist auch drin. Gut, aber ich habe noch zwei Akkus dabei. Oh, hier ist ein bisschen Dreck und Rost. Da muss ich mal ein bisschen dran. Leute, dann sehen wir uns im nächsten Video, was ich auch gleich drehen werde. Aber ihr seht es halt erst irgendwie ein, zwei Wochen später. Okay, dann haut rein, Leute. Es ist bald Ostern. Der Frühling steht vor der Tür. Putzt eure Mopeds. Fahrt zusammen. Wenn jemand da draußen ist, der immer mit mir zusammenfahren möchte, schreibt es unter meinem Video oder meldet euch bei Instagram. Ich würde mich freuen. Haut rein, Leute. Und ja, passt auf eure Reihe auf. Ich bin wieder mit mir.